Diese Sendung widmet Ihnen die Biwak-Unternehmensgruppe. Premium-Kunden haben es in der Weihnachtszeit doppelt gut. Denn beim Kauf von ausgewählten Elektrogeräten verdoppelt sich der Wert Ihrer Bonuspunkte auf 10 Cent. Speziell für Geräte der Unterhaltungselektronik wie TV-Geräte, Beamer, Spielkonsolen und so weiter. Und wie lange läuft diese Aktion? Die Aktion ist jetzt seit 15. November und bis einschließlich 15. Jänner. Kaufen Sie jetzt TV- und Videogeräte, DVD- und Blu-ray-Player, Beamer, Spielkonsolen und Home-Cinema-Systeme und genießen Sie als Premium-Kunde doppelte Bonuspunkte. Denn jeder Bonuspunkt bringt 10 statt 5 Cent. Wie kommt denn diese Aktion bei den Premium-Kunden an? Ja, also es kommen immer wieder Kunden, die ihre Punkte einlösen. Und speziell jetzt in der Weihnachtszeit ist es natürlich ein ganz ideales Programm für 3D-Fernseher etc. Mittlerweile gibt es schon mehr als 5000 Premium-Kunden. Werden auch Sie Biwak-Premium-Kunde und genießen Sie das umfangreiche Bonus- und Serviceangebot. Mehr Infos erhalten Sie auf der Biwak-Website, unter dem kostenfreien Kundentelefon, in den sieben Kundencentern oder bei den Biwak-Servicepartnern. Diese Sendung widmete Ihnen die Biwak-Unternehmensgruppe.